Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Martin Skriptzak. Ich bin hier an der HSB Akademie Lead Dozent für die Themenbereiche Sales Management und Facility Management. Das entspricht auch genau meinen beiden großen beruflichen Leidenschaften, nämlich Immobilien und Verkauf. Das Thema Verkauf begleitet mich schon sehr lange. Ich habe relativ früh angefangen, mit 20 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, damals mit dem Fokus auf die individuelle Vermarktung von Immobilienprojekten. Ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, ich habe während dieser Zeit mein heutiges Unternehmen PSK Projektentwicklung gegründet, bin seitdem als Investor, als Projektentwickler und Akquisiteur tätig, habe vielfach an der Entstehung von Wohn- und Gewerbestandorten sowie der Sanierung von denkmalgeschützten Immobilien mitgewirkt und habe damit halt diesen Fokus zu den Immobilien aufgebaut, bin selbst Eigentümer von Immobilien und so kam meine Liebe zum Facility Management. Ich möchte Ihnen heute gezielt den Kurs Facility Management Agent ans Herz bringen. Wer ist ein Facility Management Agent? Das ist ein erstes Mal jemand, der sich in dem ganzen Feld Facility Management sehr gut auskennt, denn in unserem Kurs gehen wir alle einzelnen Bereiche durch, die es dort gibt. Wir werden sprechen über beispielsweise den Lebenszyklus der Immobilie, das heißt die Entstehung, die Planung, dann ganz groß über die Nutzungsphase, was so die längste Phase im Lebenszyklus einer Immobilie ist. Wir werden über das Gebäudemanagement sprechen, wir werden darüber sprechen, kaufmännische Kompetenzen, infrastrukturelle Kompetenzen und technische Kompetenzen werde ich Ihnen vermitteln. Sie werden mit einer ganzen Menge Impulsen für die Nutzungsphase der Immobilie rausgehen aus diesem Kurs. Dazu werden wir uns mit modernen IT-Lösungen beschäftigen, sogenannten CAFM-Systemen, also Computerprogrammen, mit denen Sie ein zeitgemäßes Facility Management implementieren können. Was können Sie nach dem Kurs? Sie haben all diese Kompetenzen, Sie können sich sicher im Facility Management Bereich bewegen. Das Schöne ist, ich versuche im Kurs weitestgehend Frontalunterricht auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam die Inhalte im Kurs in Dialogform. Wir erarbeiten gemeinsam Beispiele, wir finden Lösungen und die kommen genau aus Ihrer Praxis. Das heißt, dass wir gemeinsam die Tiefe des Kurses in Ihre Praxis tragen. Typisches Beispiel, was ich meine mit homogener Teilnehmerstruktur. Wir haben den Mitarbeiter des Facility Managements einer Kommune. Wir haben den selbstständigen Facility Management Dienstleister. Wir haben den Angestellten in einer Verwaltung. Oder wir haben den Hauswart, der sagt, mich zieht es mehr in Richtung Büro. All diese Teilnehmer werden Sie treffen. Und in Kombination mit Verzicht auf diesen Frontalunterricht ergeben sich ganz, ganz interessante Gespräche und Themen. Ja, was kann ich Ihnen noch mit auf den Weg geben? Am Ende des Kurses werden Sie ein IHK-Zertifikat in den Händen halten. Sie werden weiterhin das ganze Wissen mithaben, was Sie brauchen, um in irgendeiner Form von Unternehmung, sei es Verwaltung, sei es für einen Eigentümer, sei es für sich selbst als Facility Dienstleister, dieses Wissen in die Praxis tragen können. Das Ganze vermittle ich Ihnen in 16 Unterrichtseinheiten, 4 Dozentensprechstunden, 2 Workshops hier bei uns in Leipzig. Und was lege ich noch mit drauf? Das Ganze gibt es online. Ich komme quasi zu Ihnen auf Arbeit und werde ganz gezielt auf Ihre Themen eingehen, weil in meinem Kurs heißt es Langeweile und Lernblockaden für Ehrenzeige. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.